so wir haben uns zuletzt hier ein bisschen umgetrieben ich habe hier so zwei doppelbosse besiegt und gehe hier erstmal nicht weiter irgendwie habe ich eine abneigung gegen dieses areal ich gehe erstmal hier vorne weiter ich habe auch schon die seiten hier alle geklärt war nichts besonderes hier ist ein händler ich bin einmal hier durch geritten bis zum nächsten leuchtfeuer den weg zeige ich aber noch mal eben wir sind ganz viele von denen hier ritte auf seinem ross mit der magic am start mich ein paar vorne gelegt irgendwann knall sie vom pferd runter dann wird sie noch zu fuß unterwegs aber aktuell auf dem level eigentlich gut machbar hey du bist doch schon tot hier gehe ich jetzt einfach mal vorbei dann reitet man so daher denkt an nichts böses und wird heftig beschossen auf jeden fall erstmal eine deckung suchen hier war ein item wo der stuhl loot ist außenrum da das ding hatte ich schon das gibt nichts der misskäfer zu spät passiert auch mal sowas mit 20.000 seelen in der hand die haben mich gekillt jetzt muss ich ja aus prinzip killen sonst kann ich leider nicht weiter gehen und du bist zuerst dran willst du auch noch einen nebenbei ich werde auch beide gleichzeitig was haben genau da waren auch noch so ein paar steinschleuder aber items habe ich allein gesammelt wenn man da oben her geht wird man irgendwie einfach heftig verzaubert und stirbt fast sofort da kommt irgend so ein kleiner dude und stich dich noch ab also da gehe ich erst mal nicht lang genau bis hierhin bin ich gekommen und hab den checkpoint hier gesehen und dann habe ich aufgehört weil ich den weil ich alles was danach kommt aufnehmen wollte weiter geht's ein tunnel jetzt bin ich echt gespannt wie es weiter geht ok ich habe gerade keine ahnung wie es hier weiter geht ok hier am lift kommen wir scheinbar nicht weiter ich bin aber hier das ganze gedöhnt hier hoch gelaufen und hab quasi einen weg drumherum gefunden und hier habe ich auch schon eine höhle entdeckt das habe ich glaube ich auch nicht aufgenommen und die checken wir jetzt mal ab ok das war ja klar wo soll es sonst auch noch weiter gehen ich habe ich habe es auf jeden fall nicht gewusst es war jetzt er war crazy lost ashes of more vor allem da war auch keine nachricht aber das sah für mich irgendwie so aus und dann war das echt so eine hey die nachrichten waren aber nicht da oder okay ich glaube man muss aber auch hier lang weil hier geht nämlich nichts dann war das doch nicht so toll dass ich hier gefunden habe was kommt hier jetzt mit sicherheit die fünf warun kriege ich nicht geschenkt ist ja auch wieder eine wand ja ne das war nicht so schlau ja ne das war nicht so schlau wirkt hier feuer eigentlich ja nein 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 boah ich brauche echt so ein item womit ich leuchten kann ohne einen waffenslot dafür zu benutzen junge da musst du echt hasseln ne das ist einfach ultra stressig gerade junge oh junge dann einen davon noch und jetzt wieder ein bisschen hitze 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 oh nein 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 falsches getränk so ernst ruhig bleiben und noch einer ich dachte das wärs jetzt ah ok deswegen jetzt mal in ruhe hier gucken jetzt mal in ruhe hier gucken hier da gehts so hoch da kam ich her was nee hier kam ich nicht her warte bevor ich jetzt hier verarscht werde ok brauche ich auch nicht sehr gut habe ich das nicht schon ok so wo kam ich denn jetzt her von hier hier waren die kisten und hier gehts weiter so hier ist jetzt ein bisschen hier ist ein bisschen hell oh den juckt das einfach nicht den juckt das einfach nicht dass der erzweit wird voll aufgeladen auf ein neues oh der hat dieselbe idee das ist mir ein bisschen zu will ich brauche erstmal alter der hitted hard mach platz am besten zuerst die 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 bogen schützen steht einfach auf da hinten wieder aber die machen alle gut damage die 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 Noch mehr Kisten, ey, hier wirst du ja richtig verwöhlt. Golden Great Arrow Crystal Cave Moss Sieht nice aus. Auf Dexterity angelehnt, wahrscheinlich. Okay. Da geht's weiter, da geht's rein. Aha. Als hätte ich's nicht, als hätte ich's fast geahnt. Ja, da ist, da war ein Nebel. Aber dann geh ich erstmal den anderen Weg. Okay. Jetzt auch. Ja, dann. Okay. Black Knife Assassin. Let's go. Wo bist du? Oh, oder ist er? Nein, nein, nein. Nice to meet you. Oh, ich wollte mal in den anderen gehen, das ist ein anderer Boss einfach. Shit. Okay, der ist, ah, ist der auch Faith mäßig unterwegs? Wahrscheinlich schon von der Farbe her. Komm her. Ah. Ich kann ja auch beschwören. Nein. Nein, falscher Knopf. Oh, jo. Nicht schlecht. Nein, falscher Knopf. Oh, jo. Nicht schlecht. Da war noch ein Key drin. Habe ich mir fast gedacht. Oh, wir kriegen beide einfach einen fetten Stich. Oh, die Hunde tun ihr Übriges. Das ist nice. Trotzdem bin ich jetzt fast tot, weil ich nicht aufgepasst habe. Wer ist da weg? Oha. Was ist das denn? Direkt den nächsten schnappen. Wenn ich jemand treffe, dann treffe ich auch, ey. Boah, die Hunde sind einfach Gold wert gerade. Ja, ich wusste es. Jawoll. Schade, dass ich den Stagger nicht genutzt habe. Oh, Junge. Hä? Wo bist du? Komm, fress ihn auf. Fress ihn einfach. Was war das? Komm, die Hunde fressen den. Die machen das schon. Ah, doch nicht. Danke, Dorks. Concealing Vale. So, sind wir fertig hier. Ja, bevor ich jetzt hier weitermache. Den oberen Bereich natürlich mal abchecken. Die offensichtlichen Sachen. Die Höhle. Das hier. Ja, und das hier auch natürlich. Hier diese Ruin oder was auch immer das sein soll. So, hier habe ich gerade zufällig auf dem Weg das hier gefunden. Upgrade fürs Fläschchen. Ist genau hier. Okay, da unten ist die Höhle. Ich weiß nicht, ob ich das hier überlebe. Okay, ich habe es überlebt. Also wir können von hier aus einfach runter droppen. Wo sind wir denn hier? Also ist Tunnel. Das ist auch immer hier. ein fünfer steinchen ist immer gut ist das so ein gegner ja das pattern von der höhle das kommt mir bekannt vor das hatte ich schon mal es ist ein frosty frosty dude so das sind die schnecken alles sauber frost schnecken ich wollte gerade sagen muss ich mir eigentlich nicht geben aber einmal besiegen hier und da sollte schon sein ganz schön nervig was gibt es als nächstes da oben der sieht hat er einen bogen sieht er mich sieht er mich nicht jetzt hat er mich oh er hat freunde dabei komm kannst ja gar nichts aber die masse macht es bestimmt am besten immer alle einzeln holen du kannst genauso viel wie dein freund du machst mich jetzt wahrscheinlich fertig weil ich jetzt ein bisschen frech war doch nicht so kurz checken dass man nichts übersieht von da kam ich ja da geht es weiter oder ja hast du oh junge was ist das für ein ding alter wie kommt man auf sowas das ist echt verrückt ich glaube ich gehe da mal einen anderen weg äh wo kommst du denn jetzt her äh wo kommst du denn jetzt her äh wo kommst du denn jetzt her noch ein steinchen geil boah tun wir das ist nicht schlecht steckste steckste hier ne geht es echt nicht weiter ja danke weiß ich jetzt auch so daher kam ich hier war diese spooky kreatur dann bleibt noch hier glaube ich try target lock aha was das ausmacht so was macht hier noch so komische geräusche ne das ist das du musst du hält du musst du hält Oh ne, zwei Stück wieder. Komm ich mit meinen Dorks. Aber wäre ich auch gegen einen gekommen. Wenn ich ehrlich bin. Okay, ich mache null Schaden. Muss man die irgendwie erst mal. Okay, das ist. Einfach so ein Ding im Kopf stecken. Ist weg. Muss man irgendwie. Okay. Ich weiß echt nicht, was ich gegen die machen soll. Ich versuche einfach mal, die zu stunnen. Ob es jetzt vielleicht geht. Oh yes. Das ist also der Trick. Ey. Where my dogs at? Ja, so ist es natürlich schwierig, würde ich sagen. Ah nein, 25. Jetzt muss ich da auf jeden Fall hin. Shit. Okay. 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 Müst créer. Es ist chartisch. Okay. 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 So, noch ein fetter Step hinterher. So, der eine ist schon mal weg. Ein fetter Backstab ey. So, jetzt nochmal richtig hier von vorne und jetzt einfach zerstören. So, läuft doch. Oh, warte mal. Das kann ich abgeben und dann kann ich wieder neue Upgrade Sachen kaufen. Aber die Frage ist, was war bei diesem komischen Ding, was da so geschossen hat. Kommt mal der jetzt weiter. Okay, mal schauen, ob es immer noch schießt. Okay, da geht's aber, ah, da geht's aber lang. Oh, 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 oh. Easy chill. Oh, jetzt kommen die neuen Teier. Einfach schnappen und weg. Und weg hier. Oh, 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 oh. Wo. Oh, oh, oh. Junge. Die geht's ja richtig ab. Ausweichen Und weg So ich check erstmal diese Glocke ab und gebe die ab bei diesen zweiköpfigen Damen Ah ok ich dachte das ist aber auch sehr gut aber boah das ist teuer aber das sind 3er und 4er sehe ich gerade ok ich habe hier 1er und 2er 3er und 4er das heißt hiervon gibt es auf jeden fall auch noch 3er und 4er und hier natürlich auch 1er und 2er So im Round Table bin ich fertig dann gehts jetzt mal hier in das Gebiet Oh Das Schlimmste an den Dingern ist bis jetzt echt der Sound Gucken was die können Das findest du jetzt im Kotzen ne? Oh was ist das? Das Status Element kenn ich gar nicht hier Hier kriegst du noch einen Dann ist vorbei Du kriegst einen aufgeladenen Ich hab keinen Mana mehr Der brannte Erde wird hier hinterlassen Ah kein Hit Was hast du gedacht? Komm brenn nach Brenn nach Brenn nach Dann weißt du was Dann kriegst du einfach so nen Einen kleinen Hieb Gucken was die zu Feuer sagen Ja Mach mal hier diesen Nebel Gucken was Oh oh Yo Ok Da ist der tot Crazy Ok kein Backstab Ich hab da auf jeden Fall grad nen Eingang gesehen Ich hab mich Kein Bock jetzt mich mit denen zu beschäftigen So Erstmal gucken was hier ist Bitte nicht folgen ey Uh Das sieht nach was für mich aus Ah geil so ne Stockwelle die Feinde zurück stößt Ich mal testen Sonst gibts hier glaub ich nix außer Ärger mit denen hier Junge Die Ist die Suppe am Regnen So Nummer 3 abgehakt Fast Hier gehts noch ein bisschen weiter Was haben wir hier für Ekelvieh Nimm 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 doch Gleiche Baumwolle Für weniger Fallschaden So Gibt's sonst aber auch nix Gibt's sonst aber auch nix Gibt's auch nix Gibt's auch nix Gleite Jo Ist richtig aus hier Weg Schon geht zu sein Ok Icon Shield Jetzt sind wir hier Dann können wir Richtung 2 Oh Gleil Golden Seed Genau hier Hier gibt's nen Jump Wollen wir mal ausprobieren Gucken wo wir landen Ok Da wollte ich aber eigentlich gar nicht hin Die Frage ist wie kommen wir jetzt runter Aber wenn wir schon so nen Konvoi haben dann Muss man sich den auch mal holen Oh da sind viele ey Oh da sind viele ey Sehr gut Wo kommt denn Mr. Pumpkin Hey tja Komm der Decke soll die Stampf mal Genau so Nicht auf mich Nicht auf mich Nicht auf mich Oh Junge Ist nicht wenig Kommt mal hier hin Komm mal hier rum Nein Nein Der Dude ist down oder Ne War nicht ganz Jetzt 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 Einmal heilen Junge Nein 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 nicht nicht springen Das ist Great Stars Ja Ist jetzt nicht meins aber Wer hat der hat Mein Wecker hat geklingelt Ich hoffe nicht allzu lang So Hier wollte ich überhaupt nicht hin Ich wollte einmal zur 2 Deswegen geh ich einmal hier hin Und mach das neu Einmal noch kurz am Baum vorbeischauen Einmal noch kurz am Baum vorbeischauen Hier gibt es noch mehr Hier gibt es noch mehr Oh nein Boah mit denen ist nicht zu spaß Ey fuck wo sind meine Seelen Da Was Wormface Ich dachte das wäre so ein Baumding wieder Nein Ach das wollte ich gar nicht Ich wollte schießen Das ist ja gar nicht Wormface Das ist ja gar nicht Wormface Ah doch Oh Da ist ja auch sein Wormgesicht Zu Vorschein gekommen Aber das macht ganz gut Damage Oh nein 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 Durch die Bäume Oh Ich sag's nicht durch die Blume Ich Schieß sie durch die Bäume Ich schieß sie durch die Bäume Nein Zwei Stück hab ich noch Oh Junge Oh Junge Okay das ist krass Nein hä was War gar nicht der War gar nicht der Boah ich muss den wegkriegen von dem Ding damit ich rundherum Zirkeln kann Kaum bisschen her Oh jo Oh jo Oh jo Ja jetzt kommen die auch noch ey Äh Zwischendurch mal einen rein Oh Jawohl Willst du mich packen Willst du mich packen Willst du mich packen Oh nein 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 Oh nein 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 Nicht wieder so ein durch die Wand Gesterbend Ding Boah Junge Ja nicht getroffen Du hast du schlau gemacht Du Ah Junge Nein falsch Ja Komm in der sitzt Ist vorbei 10k Mhm Zwei Ne ein Doch Zeit drehen Zum mixen Okay hier war noch ein item Das wollte ich haben Genau Ja Leuchtfeuer genau Hier So hier ist meine Nummer zwei Meine Markierung Nummer zwei Okay Oh die folgen mir Ich würde gerne in Ruhe mal Gucken was hier geht Okay Okay ich check's nicht ganz Irgendwie kann man hier wahrscheinlich was aktivieren Aber ich weiß gerade nicht wie Achso ich muss drei Stück Okay 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 Ja wo sind sie denn Da Ich bin jetzt einfach mal hoch gehüpft und ich glaube hier war ich noch nicht Boah Boah Sacred Teal Schon mal gut Boah Ich such gerade eigentlich dieses Siegel aber jetzt kommst du dazwischen Habe ich nicht so Bock drauf Habe ich nicht so Bock drauf Habe ich nicht so Bock drauf Was ist das für mich? Was ist das für mich? Oh Also wenn man sich mal in Ruhe durchlesen würde was man da bekommen hat Äh Käme man auch schneller weiter Ich habe ja die Map aufgesammelt Und ich glaube die oberen beiden habe ich Und unten Das dritte Ding soll ja bei der Brücke irgendwo sein Deswegen Äh Mal abchecken Das müsste eigentlich hier irgendwo sein Ah Ah So Jetzt ist der Turm auch real Ich bin gespannt Was wir hier finden Jetzt mal hier Noch so ein paar Eier Unseen Blade Unseen Form Ja Was für die Bargier So So Jetzt haben wir hier halbwegs aufgeräumt Also da ist noch mehr außerhalb Aber man will ja auch ein bisschen vorankommen Deswegen Ähm Würde ich jetzt einfach mal weiter gehen und den Weg hier Entlang reiten Jemand wird hier hart beschossen Deswegen gehe ich außen rum Äh Ich weiß gerade immer noch nicht woher die Schüsse kommen Ist das wirklich nur der? Ne Ja Da habe ich's Oh Okay Die sind nicht ohne Ich guck mal ob ich hier außen rum hoch komme Was ist da hinten? Okay da muss ich hin Da bin ich zu neugierig Oh Oh Da ist interessant Ah das ist Was ist das? Ein Stier? Skorpion? Äh Keine Ahnung Diese Zangen vorne kommen Insekten mäßig vor Da fällt gerade der Name nicht ein Von dem Käfer den ich meine Okay Was war das? Oh oh Heil dich Dann reicht der auch noch so aus Dann reicht der auch noch aus Oh mein Gott Der schlägt echt Sollte mich heilen Kann man bestimmt rüberspringen Alter was soll ich denn machen? Ey ich kann absolut gar nichts machen Junge Den machen wir jetzt nicht Der ist mir echt zu krass gerade Äh Aber ich hol mir meine Seelen Auch wenn's nur 2000 waren Da Mit dem habe ich noch ne Rechnung offen Boah Boah war's nur die Hälfte? Die checken gar nichts Doch jetzt Und der hat einfach Schiss bekommen Keinen Bock gestappt zu werden Jetzt kriegt der so gewissensbisse Ich kann meinen Bro nicht allein lassen Egal der soll mich einfach abstechen Okay Ach der hat auch noch nen Bogen Junge Junge Kommt der mitten im Bogen und nem Bro So Komme ich mit meinem Pferd Ja shit Schwierig Ja shit Schwierig Das ist ein bisschen wenig finde ich Das ist ein bisschen wenig finde ich Oh da oben sind noch zwei Am besten wieder ran sneaken Okay Da vorne das Ding hab ich eh Dann kann ich hier auch mal Mein Glück versuchen Bestimmt noch hier und da ein paar Items Bestimmt noch hier und da ein paar Items Oh das ist ein Das ist ein richtiger Boah Der hat ja nen Der hat ja nen großen Lebensbalken Und daneben der Dude Chilt Dann lassen wir den chillen Und gehen weiter weg Oh man Was Soul Let's ein bisschen Vielleicht Das wird geil Oh As Boah, ganz schön zäh. Erstmal ein bisschen ballern. Oh. Nein, uuuh, was, ein Penner, ey. Ich hab's halt ein Schwert ab, ey. Ah, ich hab's gehabt. Ja, jetzt gehen die komischerweise beide runter. Äh, ich schieß mal einen an. Ist das auch ein Endgegner, oder? Ja, zwei Stück. Einfach mal zwei Stück von denen. Oh, vier, sechs, vier. Wie hab ich den gemacht? Lass mal das Pferd ein bisschen heilen. An sich selbst. Na, wieder drauf. Okay, das ist einfach nur länger aufgeladen. Dann gibt's auch mehr Schaden. Schade. Ah. 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 So, Pferd ist wieder fit. Oh, Glück gehabt, komm, 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 einen fetten, jawohl, noch einen, schade, komm, 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 jawohl, einer down, krieg ich, krieg ich, nichts, nicht mal, hä, nicht mal Seelen, oh, da muss ich die beide erstmal legen, erstmal buffen, jetzt, oh, nein, kann doch nicht sein, ich sehe nichts, 511, schlecht, äh, nein, Pferd hat auch was abbekommen, nochmal, nochmal ein bisschen füttern, jetzt, 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 äh, ich hab ins Schild getroffen, trotzdem vollen Schaden gemacht, hä, wo muss ich denn da hin, wenn der gestagert ist, Nein, hat er mich, ne, Pferdchen erwischt, erst mal das Pferd wieder heilen hier, das war knapp, das war knapp, ich versuch mal mit leichten Schlägen, das ist schwer vom Timing her, aber, frisst nicht so viel Ausdauer, das ist ein langer Kampf, 633, jawohl, und jetzt zweite Down, jetzt noch eben gucken, ob es hier Goodies gibt, Heroes Rune, okay, so, hab jetzt endlich 40er Faith geknackt, noch ein paar Level, dann kann ich diesen fetten Feuerball ausprobieren, und ich überleg grad, was haben wir gemacht, das, das hier, den Weg mit den Reitern, ich denk mal, das wird für eine Folge erstmal reichen, dann geht's das nächste Mal hier weiter, dann geht's das ganze Mal hin, dann geht's das Ganze so vor, dann geht's das Ganze und dann kommt ein paar Mal hin. ... ...